die kacke okay lol what da fuck ha ha yes LET'S GO ZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII komm schon, jetzt ist scheißegal, was wir ziehen Frag es los! Sorry, mit vollem Mund. Die isst man nicht. Jetzt mal einen ganz schnellen Konter. Ah, perfekt Digga. Er wird einfach abgefangen, wisst ihr. Wenn das nicht geplant ist von ihr ey. Bin ich sauer. Ich kämpf die ganze Zeit gegen den Typ mit einer roten karte und ich krieg kein tor no joke digger no joke digger guck mal no joke digger no joke digger wer hat nicht hab ich geglaubt wer hat nicht hab ich geglaubt wer hat nicht hab ich geglaubt oh scheiße falsche kameraszene gehabt jungs habt ihr gar nicht das tor gesehen faktiger warte m api resiliame oh mein gott 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 sandking hast du das gesehen cliff die für 60 euro oder keine ahnung wie die heißt was klipp da ist jemand bitte oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott ich kann es dir nicht sagen was hier passiert oh gott alter schaut euch das an was passiert hier ja 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 da hat es wieder geklappt jetzt zack 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 johann hehehehehe genau in den winkel h r어 h rö h rö whaddafuck Was? Ja, ja, die haben, Tisi haben mit Roberto Carlos gezogen. Äh, FIFA Deutschland, guten Tag, was soll das denn? Ich werde zu 100%... Oh, Walkout. Ist das Icon? Nee. Ist das Icon? Junge, Prime-Figo einfach. Was redest du? Hahaha. Oh mein Gott. In Theorie, ich bin reinget worden, also schon auf Discord, von Adrian D.N.S. Buet, aka, GroPaket. Macht bitte jemand einen Clip, auch wenn die Musik hier gerade katastrophal ist. Okay, oh, das ist kein Elfmeter. Alles klar, EA Sports. Was soll ich denn noch machen? Ah, genau, das wird sein. Alter, was ist mit seinem Dembele? Ich fang mit Niederlande an. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Greif! Ach so, du meinst, ich dachte, Offline-Swaps heißt nicht online, sondern... Also online, nicht on... Ähm, nicht online im... Ähm... Nicht online-Modus, sondern... Nee, nee, ich dachte... Ähm... Dass offline, du meinst, dass du halt den Stream nicht anhast. Aber zum Beispiel auch online-Swaps machen kannst. Ah, Squad-Battles. Ja, okay. Dann sag das doch. Was war das für ein Schoß, Digga? Was war das? Ey, Digga, es ist weg! Ja, 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 der kommt gut. Ja, oh mein Gott! Lol, oh mein Gott. Oh mein Gott! Bitte, Unterhalt, Unterhalt, Schraub. Ah! 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 Oh mein Gott! 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 Ach, ist das gefakt! Wir schwätzen, die wir... Ah, ach so, hallo. Ich war, ich war gerade im ersten Mal in Trainings-Arena für die Elfer-Sießen geübt. Ja, toll, ich hab keinen Bock mehr. Was hier wieder passiert, das Spiel ist so unverdient. Und... Ja, komm. U2-2. Nein, er muss treffen dann. Ich bin so, ich bin einfach im Loch. Mbapp läuft in mein Verteidiger rein. Mein Verteidiger fällt hin und Mbapp läuft nicht. Ja, Mann! Ey, das ist so unverdient! Oh mein Gott! Wir haken's ab. Gegner hat gut gespielt. Aber das ist fucked up. Wenn du so das 1-0 kassierst, da drehen dir die Sicherung durch. Ernsthaft. Ich hätte aber im 4-2-2-2 weiterspielen sollen. Ich hab's gut gemacht eigentlich. Ich hab's eigentlich gut gemacht. Ich hab gut verteidigt. Schau, das Tor, was ich kassiert hab, war das hier. Das war das einzige Tor, was ich im 4-2-2-2... Dann bin ich rübergegangen zum Fünferkette und so und... Das darf doch nicht wahr sein. Und das hier. Ey, das gilt mir. Ich schwör euch, das ist eine bodenlose Frechheit. Ganz ehrlich. Also, ohne Witz. Das ist einfach eine bodenlose Frechheit. Ganz ehrlich. Dann hab ich... Das ist das zweite Tor, was ich kassiert hab? Stefan El-Scharabi. Jetzt vielleicht. Da packt er seine ganze Technik aus. Quitter, was ist das? Ich mein, ich mein so ohne Quitter-Woche. Du musst dann auch mal quitten. Was? Was? Dann bestellst du mich über Amazon. Habt ihr mich verstanden, du kleine Ratte? Ah, was ist das? Früher hat er eine Travante-Zeit. Das war eine richtige. Bisschen aggressiv. Deine letzte Wartezeit beträgt etwa 2 Minuten. In der Warteschlange ist ein Anruf auf Platz Nummer 4. 4? Seit 2 Minuten stehe ich auf 4. Wollt ihr mich verarschen oder was? 2 Minuten stehe ich auf 5 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 Minuten stehe ich Vielen Dank.